ja moin meine magtschänker und willkommen zum bo3 video wie ich bin auf aquarium absolute scheiß map ich dachte er ist da und ja gut alter absolut reingelaunt mal wieder da ist einer ich hab mich schon vorhin geholt als ich die aufnahme verkrackt hatte sozusagen wo ich die neu starten musste da ich möchte auch xmc haben ich bin alle nur mit mps her könnte ich nicht mit sturm gehörer gezogen oder was jetzt kommt irgendeiner ich wette wenn ich mich umdrehe kommt einer von hinten grad den wollten die nicht kommen aber jetzt in massen der bleib doch stehen du affe bleib doch stehen du affe brrr jetzt kann ich auf gold spielen werde ich aber glauben wenn ich wirklich war nicht doch der ist da und weiter mein name Oh, ich bin so scheiße. Der lag zu reiner Typ. Ich hasse auch Vespa. Absoluter Hasswaffe. Auch schon als ich vorhin in der Arena gespielt hatte. Die ganze Zeit nur Vespa. Man, das ist der Typ mit der XMC. Der hat 10 Kids und davon hat mich gefühlt fünfmal geholt. Man, das trägt nicht noch. Ja, ist schon wieder der Typ. Weil der eine Typ da nicht kommen will. Malak ist ja morgen mit der Abwechslungswoche dran. Er bringt Schiefer. Alter, grad so hart am Reinscheißen. Da ist schon wieder der mit der XMC. Wenn er mich noch einmal killt, dann guck ich nach, wie oft er mich gekillt hat. Alter, ich hab Angst vor dem Typ mit der XMC. Ja, ich brauch keinen Heldschutz mehr. Schon wieder der. Jetzt guck ich mal nach. Achtmal, wie viele Kids hat er? 16. Die Hälfte der Kids hat er mich. Däm. Wie viel Lack muss man haben? Däm. Schon wieder der. Ey, ich pack's nicht mehr. Jetzt hat er mich schon neunmal. Oh, naja. Solange ich noch Erster bin, ist alles okay. Solange ich auch noch positiv sch- Ey, dieser Typ. Solange ich erst mal positiv sch- Ist alles okay. Feindliche Drohne nähert sich. Jetzt haut auch noch die erste Drohne raus. Alter, natürlich. Natürlich war er mich gegen ihn so hart. Das war so ein wichtiger Kill eigentlich. Jetzt bin ich auch noch Dritter. Er hat stattdicht Rippe. Aber nein, er muss ja mit Vespa kommen. Wenn er sonst nichts kann. Weil er sonst nichts kann. Komm schon. Späterabschuss. 29. 29. Hier. Ja, da ist das Ding. Ja, ja. Guck mal, sag mal den Lastkern. Und dann... Ich sag jetzt erstmal... Tschau meine Nacktschnicken. Und... Haut da rein. Und... Auf alle. Auf alle.